Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Video über traditionelle chinesische Medizin. Das heutige Thema dreht sich um die Zähne aus Sicht der TCM. Hinter jedem Zahn steht ein ganzer Mensch, wusste schon Paracelsus. Und damit hatte er recht, ein gesunder Körper steht in engem Zusammenhang mit gesunden Zähnen. Umgekehrt lassen sich viele Beschwerden und Krankheiten auf erkrankte Zähne zurückführen, auch wenn sie die auf den ersten Blick wohl kaum als Verursacher erkennen würden. Die TCM hat sich schon Jahrtausende mit dem Thema Zähne beschäftigt. In der klassischen Literatur, die sich mit Zähnen und traditioneller chinesischer Medizin, TCM, befasst, gibt es einige bedeutende Werke. Hier sind einige davon. Wang Dinaiying, eines der ältesten Werke und auch bekannt als der innere Klassiker des Gelben Fürsten, das Shang Han Lun, verfasst von Zhang Zhongjing, das Buch, bei Jiqian Jinjiafang, dazu das Denelf Xinefa, ein Werk von Zudangxi, einem berühmten Arzt der Yuan-Dynastie, und dazu das Zhubing Yuan-Hulun, ein Werk von Wang Haogu aus der Song-Dynastie. Diese Werke bieten einen Einblick in die traditionelle chinesische Sichtweise auf Zähne und ihre Verbindung zur Gesundheit des gesamten Körpers. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die TCM-Ansätze zur Zahnheilkunde oft stark von modernen westlichen medizinischen Praktiken abweichen können. Meridiane und deren Zusammenhang mit den Zähnen in der TCM werden die Zähne nicht nur als Werkzeuge zum Kauen betrachtet, sondern auch als Spiegel des Gesundheitszustands des gesamten Körpers. Und aus der TCM kennen wir die Meridiane, die gern als Energieleitbahnen, bezeichnet werden. Diese Meridiane durchziehen den gesamten Körper und sind mit allen Organen verbunden. Über die chinesische Elementelehre lassen sich zudem Bezüge zwischen bestimmten Zähnen und Meridianen und damit zwischen Zähnen und Organen ableiten. Jeder Zahn wird mit einem bestimmten Meridian oder einer bestimmten Organfunktion in Verbindung gebracht. Wenn ein Zahn oder das Zahnfleisch Probleme aufweisen, können diese als Anzeichen für ein Ungleichgewicht oder eine Störung im zugehörigen Meridian oder Organ interpretiert werden. Wenn es zu Problemen in einem bestimmten Organ kommt, kann sich das gemäß der TCM auch auf den entsprechenden Zahn auswirken. Umgekehrt wird angenommen, dass Zahnprobleme wie Caries, Zahnfleischerkrankungen oder Zahnverlust auch ein Indikator für Ungleichgewichte in den zugeordneten Organen und Meridianen sein können. Wie in einem Netzwerk sind durch die Leitbahnen, Meridiane, alle Teile des Organismus miteinander verbunden, aber nicht nur die körperliche Strukturen, sondern auch geistige und seelische Fähigkeiten. Nur wenn durch dieses Netzwerk die Lebensenergie ki reibungslos fließt und auch insgesamt kräftig genug ist, fühlt man sich gesund und es kommt zu keinen krankhaften Veränderungen. Der Zusammenhang von Zähnen mit inneren Organen Die Energiezentren sind die inneren Organe. Für die Zähne sind aus Sicht der TCM-Verbindungen wichtig, die aus Sicht der westlichen Medizin kaum nachzuvollziehen sind. Der Mundbereich wird vor allem durch die Magen- und Dickdarmleitbahn versorgt. Sehr intensiv sollte man also auch an diese inneren Organe denken, wenn sich die Zähne als sehr anfällig erwiesen haben. Die Nieren sind nicht nur für die Urinausscheidung, sondern aus Sicht der TCM für alles Essentielle wichtig, für die, Grundfesten, unseres körperlichen, seelischen und geistigen Daseins. Dazu gehören auch der Knochen und die Zähne. Die Milz, in der westlichen Medizin weitgehend vernachlässigt, ist in der Medizin der alten Chinesen zuständig für Fleisch, Bindegewebe und Stoffwechsel, in der Zahnmedizin wichtig für das Zahnfleisch und die Ernährung der Zähne. Eine Neigung zu Parodontal-Erkrankungen sind aus Sicht der westlichen Medizin hauptsächlich durch lokale Faktoren wie eine schlechte Mundhygiene oder das Vorliegen einer speziellen Bakterienflora verursacht. Die chinesische Medizin kann zusätzliche Verbindungen herstellen. Auch die Leber kann für die Zähne eine Rolle spielen, sie ist zuständig für den gleichmäßigen Fluss aller Energien im Körper, also auch für die gleichmäßige Verteilung zwischen oben und unten. Wenn einem eine Laus über die Leber läuft oder die Wut in den Kopf steigt, so sind das Zeichen einer Leberstörung, in diesem Fall kann es viel leichter zu Zahnschmerzen kommen. Kiefergelenksbeschwerden sind aus Sicht der TCM ein Problem innerer Anspannung. Immer mehr Patienten verarbeiten den Stress mit den Zähnen. Sie pressen oder knirschen besonders nachts mit den Zähnen und können auch dem Zahnfleisch schaden. Langanhaltender seelischer Druck wie Stresszustände und schwere Sorgen können dabei eine Rolle spielen, häufig ist es aber auch ein von innen kommendes Problem in einer Störung der Leberfunktion. Dadurch können Zähne, Muskulatur und Kiefergelenke geschädigt werden, da die Anspannung dorthin geleitet wird. Es kann zur CMD kommen, der kraniumandibulären Dysfunktion. Die ganzheitliche TCM kann hier gute Unterstützung bieten. Bei einer zahnmedizinischen Versorgung, z.B. bei der Behandlung einer tiefen Karis, Zahnnervenbehandlung oder anderen Infektionen des Zahnes, sollte man auch an die Mitbehandlung des jeweiligen Meridians zur Harmonisierung des gestörten oder störenden Energieflusses denken. Bei einem besonders anfälligen Gebiss kommt es darauf an, eine intensive Prophylaxe und Mundhygienietraining zu betreiben. Auch die Ernährungsweise sollte kritisch betrachtet werden. Das energetische Netzwerk aus der TCM gibt darüber hinaus zahlreiche Denkanstöße, wenn sich z.B. Schwachstellen im Mundbereich trotz bester lokaler Behandlung immer wieder herausstellen. Der energetische Zustand der Nieren und von Magen und Dickdarm sollte dringend überprüft und gegebenenfalls harmonisiert werden. Daher sollte nach TCM immer überprüft werden, welche Organe angegriffen oder sogar schon erkrankt sind. In der TCM wird z.B. angenommen, dass Probleme mit den oberen Schneidezähnen auf Probleme mit dem Magen oder Dünndarm hinweisen können. Dies könnte Verdauungsprobleme, Magengeschwure oder ähnliche Probleme bedeuten. Auch ein Zusammenhang zwischen den unteren Schneidezähnen und der Blase und Niere kann bestehen, darauf können Probleme mit den unteren Schneidezähnen in Verbindung mit der Blase oder den Nieren hinweisen, wie z.B. Harnwegsinfektionen oder Nierensteine. Zudem besteht ein Zusammenhang zwischen den Backenzähnen und den inneren Organen. Die Backenzähne werden mit den inneren Organen wie Leber, Gallenglase, Lunge und Dickdarm verbunden. Probleme in diesem Bereich könnten auf Störungen oder Erkrankungen dieser Organe hinweisen. In der TCM werden die oberen Eckzähne oft mit den Nieren in Verbindung gebracht. Dies liegt daran, dass die Nierenenergie im Körper als entscheidend für die Gesundheit der Zähne angesehen wird. Die unteren Eckzähne werden oft mit der Blase in Verbindung gebracht. Dies liegt wiederum daran, dass die Blase in der TCM eng mit den Nieren verbunden ist und gemeinsam für die Regulation des Wassersystems im Körper verantwortlich ist. Die Weisheitszähne sind mit dem Herzen verbunden. In der TCM wird angenommen, dass Probleme mit den Weisheitszähnen auf Ungleichgewichte im Herzen oder im Herzmeridian hinweisen können. Der Einsatz von Akupunktur in der Zahnmedizin, besonders Akupunktur, kann bei einer Vielzahl von Zahnbeschwerden unterstützend eingesetzt werden. Akupunktur kann dazu beitragen, Schmerzen im Zusammenhang mit Karis, Zahnfleischentzündungen, Abszessen und anderen Zahnproblemen zu lindern. Und durch die Stimulation bestimmter Akupunkturpunkte kann die Entzündung im Zahnfleisch reduziert werden. Auch kann Akupunktur sowohl vor als auch nach einer Zahnextraktion zur Schmerzlinderung und zur Förderung der Heilung eingesetzt werden. Weiter können temporomandibuläre Gelenkstörungen, TMJ, durch Akupunktur behandelt werden, um Schmerzen und Einschränkungen der Kieferbewegung zu lindern. Einige Studien deuten darauf hin, dass Akupunktur zur Behandlung von Parodontalerkrankungen wie Zahnfleischentzündungen und Gingivitis wirksam sein kann. Dazu kann Akupunktur helfen, die Speichelproduktion zu erhöhen und damit die Symptome von Mundtrockenheit zu lindern, die oft als Nebenwirkung bestimmter Medikamente oder bei bestimmten medizinischen Bedingungen auftreten. Auch zur postoperativen Erholung, also nach zahnärztlichen Eingriffen kann Akupunktur dazu beitragen, die Genesung zu beschleunigen, indem sie die Durchblutung fördert, Entzündungen reduziert und das Immunsystem stärkt. Bei Patienten mit Zahnarztangst kann Akupunktur helfen, Entspannung zu fördern und Ängste zu reduzieren, was den Behandlungsprozess erleichtern kann. Welche Ernährungsempfehlungen gibt die TCM bei Zahnproblemen und Caries Befall? Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, betrachtet Zahnprobleme und Caries als ein Ungleichgewicht im Körper, das durch verschiedene Faktoren wie Ernährung, Lebensstil und innere Disharmonien verursacht wird. Bei der Behandlung von Caries empfiehlt die TCM normalerweise eine Ernährung, die dazu beiträgt, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen und die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch zu fördern. Einige allgemeine Ernährungsempfehlungen wären zum Beispiel Vermeidung von süßen und zuckerhaltigen Lebensmitteln. Zucker kann Caries fördern, indem er das Wachstum von Caries verursachenden Bakterien im Mund fördert. Daher wird empfohlen, zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke zu reduzieren oder zu vermeiden. Einnahme von basischen Lebensmitteln In der TCM wird angenommen, dass eine alkalische Ernährung dazu beiträgt, den pH-Wert im Mund zu neutralisieren und das Wachstum von Caries verursachenden Bakterien zu hemmen. Gemüse wie Spinat, Grünkohl, Salate, Gurken, Brokkoli, Spargel, Sellerie, Karotten und rote Beete, dazu Früchte wie Zitronen, Limetten, Grapefruits, aber auch Beeren, Äpfel, Birnen und Melonen können dazu beitragen, eine basische Umgebung im Körper aufrecht zu erhalten. Auch gesunde Fette wie Avocado, Olivenöl, Kokosöl und Nüsse sind sehr gut zu verwenden. Verzehr von nährstoffreichen Lebensmitteln Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen ist, ist die bevorzugte Nahrung besonders Vitamin C ist, ebenso wie das Vitamin D3, besonders wichtig für die Wundheilung und den Infektionsschutz. Es unterstützt den Knochenaufbau und hemmt den Knochenabbau. Ferner ist Vitamin C beteiligt am Aufbau von Collagen und Bindegewebe. Ein Vitamin C-Mangel kann zu Parodontitis, Wundheilungsstörungen und zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen. Auch die Zufuhr von Mineralstoffen und Antioxidantien kann dazu beitragen, die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch zu unterstützen. Dazu gehören Lebensmittel wie dunkelgrünes Blattgemüse, Nüsse, Samen, Vollkornprodukte und fettiger Fisch. Einnahme von kräuterbasierten Lebensmitteln In der TCM werden manchmal bestimmte Kräuter wie ZB-Petersilie, Oregano, Thymian, Ringelblume, Koriander und Basilikum empfohlen, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern und spezifische gesundheitliche Probleme zu behandeln. Sie wirken entzündungshemmend, schmerzstillend und desinfizierend. Zusätzlich zur Ernährung ist es wichtig, Stress abzubauen, auf das Rauchen zu verzichten und genug Schlaf zu bekommen. All das kann sich negativ auf die Zahngesundheit auswirken und sollte daher nicht vernachlässigt werden. Welche Hausmittel empfiehlt die TCM zur Zahn- und Mundpflege? Die traditionelle chinesische Medizin, TCM, legt großen Wert auf die Mundgesundheit, da sie ein integraler Bestandteil des gesamten Körperzustands ist. Einige Hausmittel, die in der TCM zur Zahnpflege empfohlen werden, sind Ölziehen. Das Spülen des Mundes mit Speiseöl, typischerweise Sesamöl oder Kokosöl, für einige Minuten kann helfen, Bakterien zu entfernen und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. Auch Thymian und Rosmarinöl sind hier sehr hilfreich. Ein weiteres Öl ist Lemongrassöl zur Vorbeugung der Plaggbildung. Kräuterkauen Das Kauen von bestimmten Kräutern wie Nelken oder Sternanis kann helfen, Mundgeruch zu bekämpfen und die Mundhygiene zu verbessern. Kräuterzahnpasta In der TCM werden bestimmte Kräuter wie Minze, Kiefernadeln, Nelkenkoriander, Thymian, Basilikum und Kurkuma in Zahnpasten verwendet, um die Zähne zu reinigen und das Zahnfleisch zu stärken. Zungenreinigung Das Reinigen der Zunge mit einem Zungenschaber oder sogar mit einem Löffel wird oft empfohlen, um Zungenbelag zu entfernen und die Mundgesundheit zu fördern. Mundspülungen mit Kräutertees Das Spülen des Mundes mit bestimmten Kräutertees wie grünem Tee, Pfefferminztee, Fencheltee, Kamillentee oder Chrysanthemenblütentee kann helfen, Bakterien zu bekämpfen und die Mundgesundheit zu verbessern. Auch bei Zahnfleischproblemen kann die TCM mit Kräuterrezepten die Probleme lindern, sie bietet dazu verschiedene Naturheilmittel zur Behandlung von Zahnfleischproblemen an. Huanglian, Coptis rhizum Diese chinesische Kräutermedizin wird oft zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen verwendet. Sie hat entzündungshemmende Eigenschaften. Huangkin, auch bekannt als Scutellaria baicalensis oder chinesisches Baicalschädelkraut, ist eine Heilpflanze, die in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, verwendet wird. Es ist eine der am häufigsten verwendeten Kräuter in der TCM und wird seit Jahrhunderten für verschiedene gesundheitliche Zwecke eingesetzt. In der TCM wird Huangkin als bitteres und kühles Kraut klassifiziert und wird dem Leber- und Gallenblasenmeridian zugeordnet. Es wird oft verwendet, um Hitze aus dem Körper zu entfernen, Entzündungen zu lindern und den Fluss von Leberki zu regulieren. Es wirkt entzündungshemmend, beruhigt die Leber, besitzt eine abschwellende Wirkung und ist antibakteriell und antiviral. Sanki, Pranaxnotoginseng Diese Kräutermischung wird traditionell zur Förderung der Wundheilung eingesetzt und kann auch bei Zahnfleischbluten helfen. Krusanthemenblüten Diese Blüten werden in der TCM häufig zur Linderung von Zahnfleischentzündungen und zur Beruhigung des Zahnfleischgewebes verwendet. Mürre Dieses Harz wird oft zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen und zur Förderung der Heilung verwendet. Es hat auch antibakterielle Eigenschaften. Bushenguchi-Wahn eine bekannte Rezeptur- und Kräutermischung, stärkt die Nieren- und Zahnfunktion. Die TCM kann mit ihrem ganzheitlichen Ansatz ein wichtiger Baustein sein bei der Zahnbehandlung und der Prophylaxe, und das mit den Möglichkeiten und Vorteilen einer naturheilkundlichen Medizin. Und auch als Ergänzung zur westlichen Medizin, besonders im Bereich Zahnschmerz. Sind die Methoden der TCM ein wertvoller Beitrag, das ist das Fazit zu dem Themenkomplex Zähne. Und zum Abschluss noch eine kleine Weisheit über die Wichtigkeit gesunder Zähne. Ein Lächeln mit Gesunden ist das wertvollste Schmuckstück, das der Mensch tragen kann, damit sind wir für heute am Ende angekommen. Ich hoffe ich konnte Sie gut über das Thema Zähne aus Sicht der TCM informieren. In regelmäßigen Abständen werde ich neue Informationen zum Thema TCM veröffentlichen und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.